Hallo zusammen, ich bin Yasser, ich mache eine Lehre bei der Belevo AG und bin im zweiten Lehrjahr als Montage-Elektriker. Meine Lehrzeit dauert drei Jahre. Hallo zusammen, ich bin Lukas, ich mache auch eine Lehre bei der Belevo AG. Ich bin im dritten Lehrjahr als Elektroinstallateur. Meine Lehrzeit beträgt vier Jahre und gerne werden wir euch jetzt in unseren Beruf ein bisschen näher bringen. Wir sind für alle Verkabelungen in einem Haus verantwortlich. Wir ziehen und verlegen die Kabel und schliessen diese entsprechend an. Wir sind von Anfang bis zum Ende beim Bau eines Hauses dabei. Am Anfang der Lehrzeit geht man mit dem Installateur mit und später kann man immer mehr und mehr Aufträge selbstständig ausführen. Am Schluss werden alle Installationen kontrolliert und in Betrieb gesetzt. Im Vergleich zum Montage-Elektriker ist der Lehrinhalt beim Elektroinstallateur in der Berufsfachschule umfangreicher und man kann nach der Lehre anspruchsvollere Arbeiten ausführen. Jetzt habt ihr unseren Arbeitsalltag bei einem Neubau gesehen. Wir machen aber auch umbauten Kleinaufträge und Reparaturen. Ich hoffe, ich kann euch unsere spannenden und vielseitigen Berufe ein bisschen näher bringen. Kommt doch mal zu uns schnuppern. Wir sind ein super aufgestelltes Jungs-Team.